Moin und willkommen bei EMPTV. Letzte Woche habe ich euch vier Klassiker-Bands vorgestellt. Diese Woche sind wir ein bisschen in der Moderne. Es kommen vier Bands auf euch zu, deswegen ab dafür. Wenn es um aktuelle Mega-Giganten geht, ist die Rede natürlich in erster Linie von Slipknot. Ich gehe davon aus, dass das für alle Leute, die schon mal bei einem Slipknot-Konzert waren, ein Highlight war, da zu sein. Und für die, die es vielleicht noch nicht geschafft haben, gibt es seit dem letzten Jahr eine sehr, sehr geile Konzertdokumentation. Der Film heißt Day of the Gusano und behandelt ein ganz besonderes Thema. Slipknot hat es 20 Jahre lang nicht geschafft, ein einziges Konzert in Mexiko zu spielen, obwohl sie ja gar nicht so weit entfernt von diesem Land sind. Und genau deswegen soll dieser Film eigentlich alles wieder gut machen, denn 2015 haben sie es endlich geschafft und ihre mexikanischen Fans glücklich gemacht. Kleiner Funfact zum Film, der Film wurde in 1000 Kinos weltweit ausgestrahlt und das gleichzeitig an einem einzigen Tag. Wer es verpasst hat, die DVD gibt es immer noch im Handel. Passend dazu habe ich eine aktuelle Snapback aus dem Slipknot-Sortiment mitgebracht. Der ikonische Schriftzug kommt dreidimensional aus der Kappe und wird super durch den ikonischen Hintergrund untermalt. Eine coole Cap für den modernen Fan. Bam! Bleiben wir beim Thema Film und megacoole Band, Rammstein. Als moderne Band muss man sich eigentlich in allen Medien auskennen und drin sein und Rammstein bringt es immer wieder zu Perfektion. Rücklicht, befehle ich dir, stelle dein Auto ab jetzt hier. Aber ich muss doch zur Arbeit. Die Band hat bis zum Jahr 2015 über 18 Millionen Tonträger verkauft. Natürlich wissen wir alle, wie penibel sie bei den Aufnahmen und Musikvideos sind. Genauso war es auch bei ihrer Kurzdokumentation. Die Aufnahmen für den Film stammten aus zwei Konzerten und einer Generalprobe in Paris. Sie haben insgesamt 70 Kamerawinkel eingestellt und zwei Jahre lang geschnitten. Der Film wurde vor zwei Jahren fertig und hat noch zwei Jahre lang Detailarbeit gebraucht, bis er endlich veröffentlicht wurde. Das Coole an Rammstein ist, sie haben nicht nur eine riesige Bandbreite an Songs, sondern auch eine riesige Auswahl an Merchandise-Produkten. Von Kaffeetassen, Deluxe-Sets, Brotdosen bis hin zu diesem geilen Schal. Und genau aus diesem Grund habe ich diesen Schal ausgesucht, denn irgendwie erinnert mich ein bisschen an einen Fußballschal, trotzdem mit dem Rammstein-Logo und dem dicken Schriftzug. Der perfekte Schal, um so bei einem Korzert die Songs mitschreien zu können. Ich hab keine Lust! Letztes Jahr im Juli kam eine Nachricht, die wahrscheinlich uns alle sehr geschockt hat. Chester Bennington ist gestorben und damit wahrscheinlich irgendwo ein kleiner Teil von uns allen, weil die Band hat wahrscheinlich die letzten 20 Jahre alle Jugendlichen sowie Erwachsenen mitgeprägt. Über den Verlust des Sängers wurde schon sehr viel gesprochen, deswegen würde ich mich an dieser Stelle eher raushalten. Aber ich hab ein Shirt gefunden, was ich sehr gefeiert habe und mich drüber gefreut habe, als es endlich da war. Ein Shirt von Linkin Park. Dieses Shirt ist sehr schlicht, wir sehen das Band-Logo und einen Rauchprint im Hintergrund. Es ist sehr dezent und man kann es auf jeden Fall mit jeglicher Streetwear kombinieren. Die Band hat insgesamt über 100 Millionen Alben und Singles verkauft. Außerdem hat es mich sehr gefreut, als sie bekannt gegeben haben, dass sie trotz der schlechten Nachricht weitermachen werden. Zu guter Letzt gute Neuigkeiten, Pfeilfinger, Death Punch. Die Band hat Ende 2017 ihre aktuelle Tour beendet und deswegen habe ich dieses Shirt hier ausgesucht. Ich muss sagen, die Artworks von Pfeilfinger, Death Punch sind immer so geil und deswegen auch das Merch davon. Ich mag sehr diesen Illustrationsstil, es ist immer sehr comichaft gehalten, aber eher so Batman-Bad-Style, Altenstadt irgendwie so Donald Duck. Die Shirts sind immer durch ihre Motive und Farbgebung sehr auffällig. Das hier ist von der Farbgebung ein bisschen schlichter, trotzdem kriegt das durch den Zeichenstil einen herausstechenden Effekt. Oben sehen wir noch den Band-Schriftzug und unten den Album-Titel Got Your Six. Dass die Jungs ziemlich lustig drauf sind, hat man spätestens bei dem Konzert in Oslo gemerkt, als sie eine 70-jährige alte Dame auf die Bühne geholt haben und zusammen Head gebankt haben. Nicht nur fetten Respekt für die Band, sondern auch verdammt fetten Respekt für die Oma. So Leute, das war's von mir. Eine kleine Frage an euch. Wart ihr schon mal auf einem Konzert, wo ihr im Nachhinein gedacht habt, boah, das hättet ihr mal filmen sollen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten findet ihr alle heute gezeigten Produkte und vieles, vieles mehr auf emp.de. Gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, weitere Videos dort in der Ecke. Ich bin Oben out, euer Bedi. Pow!